ja gut und jetzt geht es ja bald wieder los hier in ein paar tage hier mit dem Dings hier, wie ist denn das Ding hier? Promi Big Brother! Ach je, das wird bestimmt wieder ein Wahnsinn hier du ohne Ende du wer weiß was die da wieder alles da erzählen und wer da alles drin ist da und ja da flippe ich bestimmt wieder aus da und ach hier du da in dem Keller da unten da und so ach hier du aber ich werd mir das angucken das Zeug du das das amüsiert mich so bis ich du weißt du ja da werd ich mir auch hier bis ich was zu knabbern hole da und shoppen hier irgendwie du und ja da genieße ich die Zeit hier mit dem Promi Big Brother Zeug da du na ja das ist schon ganz schön das Zeug da du und was da alles auch immer so an Prominente alles gibt gell wo da da neigeht und dann von einmal sieht man die irgendwie ganz anders da gell wir kennen die ja immer so was weiß ich hier Schauspieler siehst du die in der Roll da drin oder ein Sänger der singt da auf der Bühne rum da und fernseher und so kram und von einmal da in den Promi Big Brother sind die ganz anders da gell hier du hast ja die Leute oftmals noch gar nicht gesehen gell gell also das ist schon irgendwie so interessant gell das finde ich schon so gell und wenn du da was zu knapp Ende bei hast hier du da ist das schon ganz lustig gell gell also hier dann macht's immer gut hier leute hier und bis dann hier gell 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 gell